Ich komme, boys. Das ist purple. Gehört sich. Noch einer. Ist drinne, gell? Ja. Einer hat die da. Treff hat die da. Boah, ich geh da. Koffe. Greif es, Greif es. Schau, ich bin mal gar nicht fattig. Der Skyhook. Einer hat Greif es. Ich strebe nichts. Zwei Hit. Alter, wie die hittet. Zwei Flash. Also nocked. Der eine ist 1 AP. Hat beiden. Auf Platin 2 ist das, ne? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oder, Shad? Der kommt einfach von hinten mit seiner Brawlerkette. Einfach reiner mit der Waffe. Die ist so... Die ist so OP. Einfach drauf. Echt kein Killer. Normal, pass auf, ich saug wieder. Einer blau. Einer gecrankt. Einer gecrankt. Einer gecrankt. Einer gecrankt. So, jetzt hab ich auch mal Kills. Mann! Ich musste mich heilen. Einer gecrankt. Ganz andere End, etwa. Vielleicht geh die durch die Höhle. Ich hol mir kurz mal die Craver. Ouch. Die fighten hier beim Respawnpunkt. Die haben gerespaudt auch. Der Pav hat Gold. 1 HP, der Pfeff. Ah, einer down. Der Pfeff ist irgendwo hier hinter. Vor mir. Der ist hier hinter. Der ist hier. Wird nicht kommen, oder? Ja. Nee, nee. Ich hab gedacht, wir gehen in die andere Richtung. Wir sind in das Fährbergang. Einer lebt noch von denen. Ja? Ja, ja. Okay, dann wächst schon mal die Waffe hier. Ich geh aber schon mal Richtung... Richtung Zone. Zwei waren genockt noch. Ja, ich komm auch. Parsi, grüß dich. Ja, mein Lieblingsfach auf jeden Fall. Ja, vor mir. Hier vorne. Ich komme. Absolut süß, glaube ich. Ah, hast du bestimmt. Die ist ein HP. Okay, dann hol ich den und schnappe ich ihm in München den Kipp. Na, du Süße? Da, da, da. Da, 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 da. Gönn dir die goldene Rüstung. Ich bin so lieb. Okay, aber nein. Jungs, ich könnte Shreddy-Bow schaffen. Jetzt, was eng ist, sind noch zwei Squads. Ich hab sie. Oha, von wo? Von hinten. Ja. Wo sind die anderen? Oh. Und rechts. Und rechts. What? LoL, sag ich dir nur. Ich hab da einen genannt. Nein. Ich komm zurück. Egal. Der müsste low sein. Und der ist flash. Ja, der ist absolut low. Fuck. Und zweiter. Nein. Ich muss da mal aufhören. Ah. Nein, die Rezgar oder die Bangor, die wuchten. Ja. Meine 20 Bomb. Ich sehe nicht. Nein, hat mich. Die ist low. Ich hol dich hoch, ich hab goldenen Rucksack. Geh direkt wieder. Ich bin nicht abhofft. Wo ist die? Geiler. Nein, mach, mach, mach. Alles gut. Dann ist die hier unten. Im Lava. Tod. Wo ist die abgehauen? Keine Ahnung. Ihr könnt die finishen, alles gut. Ja, einer ist jetzt im Lava. Weitere. Rafe muss hier irgendwo sein. Ich hab Mitte... Ah. Ah, ist ein Sieb für Mitte? Shit. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hier oben ist sie. Die 20 Bomb wird aus Plakette ziehen, ja. Hier, ne? Ja. Ach, Mann! Ich sehe sie. Und die anderen waren hier oben. Also ich hätte 18 Kills. 18 hast du. Jedenfalls der zweiten Watson und ein Pathfinder, hab ich gesehen. Watson war voll mein Mord. Ja, dann sind die letzten auch noch hier. Ja, die sind... Ah, nee. Watson und Torstic. Und die letzten sind die 15. Watson 150. Ich hab keine SIP noch oben, ich Idiot. Ja, lass auf Zeit spielen. Oder wir gehen hier rechts. Ja, lass hier hoch. Schmeckt man rüstig, ey. Einer ist oben. Corsic 60 auf Blau. Der ist crack, Corsic ist crack. Ja, ich war's. Holen, ey. Der Rest ist hier drin, ne? Na, ich gebe immer schnell die Spritze. Sind wir drin, ne? Sind das zwei, ja, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Na ja, hat einen genockt, ihr könnt rein. Ja. 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 Außer der als Selfress war, das glaube ich nicht. Hä 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 hä. Das ist noch 150er. Ja, das ist auch noch. Ja. Ja. Danke Jungs. Hast du 20? Ja, ja. 21. Ich hab 21. Ah, nice. Tina, grüß dich. Danke für den Logan. Oh, die Krabber hits irgendwie. Jungs, ich bedanke mich. 29 Squad-Kills schmeckt. Tja. Boah. Ja, Norman. Was? Damage weniger. Das ist schlecht. Nein? Ne? Na, Herr Pard? Vielleicht ist mir das mapping. So.